Es wird auch mal wieder Zeit eine Runde jagen zu gehen. Ich habe immer mal wieder schon reingeschaut hier in den letzten Tagen, was denn hier abgeht und ich hatte richtig Bock auf Emerald Coast. Und ja, im Vergleich zum letzten Mal bin ich hier auch ordentlich durchmarschiert. Also anfangs hatten wir ja nur einen ganz kleinen Wurm hier, hier unten den ganzen Bereich. Und mittlerweile bin ich hier quasi einmal komplett rumgelaufen. So einiges aufgedeckt schon. Noch lange nicht alles, aber es sieht schon richtig gut aus. Und ich war mit relativ leisen Waffen die ganze Zeit unterwegs. Mit dem Bogen war ich unterwegs, mit dem Luftgewehr. Und ich muss sagen, ja, vielleicht brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Skill und Geduld und Ausdauer, damit das auch lüppt. Denn ich habe ein bisschen was verschossen und das wollen wir heute nicht. Oha, da callt schon was. Und deswegen geht es heute, es ist ja mitten in meinem Mief, da, 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 deswegen geht es heute mit den dickeren Ballermännern hier rein. Schön mit Krach, mit Karwumms. Aber heute auch wieder mit dem Hochsitz. Also der Hochsitz ist dabei, die Ranger ist dabei. Schön ein bisschen umdesignet. Finde ich ganz geil, Alden, dass man die Ranger auch eben ein bisschen umdesignen kann. Da sieht die nicht mehr so keckohaft aus. Und hier mit der Sarsa 308. Und damit geht es jetzt auf Tour. Der Wind sagt, wir sollen nach Südosten gehen. Und die Tiere, alter, die Dammhirsche rennen direkt hinter mir her. Ich werde ja weich, Alden. Hallo, Dammhirsche. Ja, Moinsen. Was geht? Wir bleiben mal direkt hier in Deckung. Der Hund, der ist schon am Rumpfeifen. Alden, Hund, alles gut. Platz. Chill. Oh mein Gott, der Dreck nen 3 auf 60 Meter. Stufe 4. Komm ran hier. 75. Nee, nee, nee. Komm, bleib hier. Und direkt nochmal einen in den Arsch. Zack, zack. Jawohl. Nehmen wir doch direkt mit. Was für ein Anfang. Das ist ja ein Ding, ey. Gerade rein auf die Map. Und dann passiert hier direkt ein auf diesen. Gar nicht schlecht. Ich hab die Farben umgeändert. Kann man das gut sehen? Ich glaub, das reicht, ne? Das war dieses Gelb. Ich glaub, das kann man ja pro Map, kann man das unterschiedlich machen. Ich hab gedacht, Alter, so schön. Gold, Orange, Alden. Sieht man doch ganz gut. Zack, zack. Und ich glaube, ich hab schon verloren, wo er hingerannt ist. Nee, da ist er hingerannt. Da ist er. Nee, da kam er her. Verdorre ich, Alter. Schon direkt verlaufen. Er war doch hier oben. Wofür nutzt du denn den Hund, wenn du ihn nicht nutzt? Gerade eben lang gerannt. Da oben. Hab ich ihn doch so schlecht getroffen? Kann doch nicht sein, Alter. Hund, verfolgen Sie diese Spur. Hund. Er ist kaputt. Nee, jetzt. Perfekt. Direkt mal loben. Da freut er sich. Ba, 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 da. Und er rennt hinterher. Er soll jetzt auch nicht so laut, denn ich will ja hier noch einiges wegballern. Ich will ja hier noch einiges entdecken. Es waren hier so viele Hirsche. Und diese Axis-Hirsche. Und weiß der Geier was. Und Mann, Mann, Mann. Das war so gut. Das war so gut hier schon. Es macht auch so Bock, die Map. Hammer. So, was haben wir denn hier? Da ist er. Da liegt er. Zack. Männlich. Silberwertung. Naja, ist halt auch nur ein Dreier, ne? Aber das ist, glaube ich, weiß. Genau. Fellart weiß. Weiß. Hatte ich ja direkt nochmal nachgefragt hier bei Magic Fruity. Er meint ja allen, ja. Weiß. Geil. Ähm. Führt erstmal zu Irritation. Ist halt nicht Albino. Ist halt einfach nur super schön hell, ne? Aber macht auch echt Eindruck. Finde ich auch ganz schick. Kann man mal machen, ey. So ein weißer Indier. Ja. Wäre schon geil. Würde ich schon nehmen. So. Weiter geht's. Da hinten kohlt schon wieder irgendwas. Wir gehen mal leise da in die Richtung. Alter. Ich glaube, da unten war doch ein See. War hier nicht ein See? Da ist der See. Perfekt. Also, ab zum See. Und direkt mal gucken, was da geht. Und natürlich gucken, was ist denn hier? Wann hier die... Die, äh, Samba sind hier. Samba! Jawollo! So. Hund, komm mal ran hier. Ich finde das ziemlich geil, Alter. Mit dem rot-feurig-leuchtenden, Alter. Richtig. Richtig feier, Alter. Perfekt. Und da ist der See. Jo. Perfekt. Perfekt. Wait a minute. Jetzt war hier aber irgendwo gerade doch der Call. Und zwar, glaube ich, ziemlich gerade. Also, langsam vorsichtig hin. Und jetzt, wie gesagt, wieder aufpassen. Ich will ja diesen Tripod verwenden und nicht so viel Jagddruck erzeugen. Das war natürlich gerade schon direkt... Das war natürlich gerade schon direkt Fail. Habe ich für ihn den richtigen Ballermann dabei? Ja, ich glaube schon. Zwei bis sechs habe ich doch. Perfekt. Also, weniger Jagddruck durch den Hochsitz und quasi den gleichen Effekt, wie mit kleinen, äh, mit lautlosen Gewehren slash Bogen oder Armbrust. Das war die Idee. Was ist denn da? Da war doch was. Ja. Rothirsch. Baby. Rothirsch, Baby. Erstmal schön die O drauf. So, Baby. Jetzt kommen wir aber der Sache mal näher. Ähm. So. Was haben wir denn hier? Also, das passt hier alles. Da hinten sehe ich nichts. Da sind zu viel, das ist zu viel Gebüsch. Da sehe ich auch überall nichts. Also, das Einzige, was wir hier haben, sind hier unten Rothirschdamen. Und, maybe, ist der Oberbabbo auch mit dabei? Nehme ich doch gerne mit. Die Rothirsche. Und wenn nicht, dann nicht. 100 Meter. Ruhig. Stufe 6. Das war's. Und ich glaube, ein Fuchs, die Fuchsdame, die ist schon abgehauen. Das war's. Tja, wenn ich da jetzt einfach drauf jubel, dann haben wir natürlich genau das, was ich eigentlich nicht haben will. Wieder so ein Spot. Oh, doch, noch eins. Mit Jagddruck. Aber eigentlich ist hier sonst auch nichts, ne? Doch, da. Oh, da. Ich wollte schon sagen, ich hab doch da einen Orsch gesehen. Ja, das ist natürlich jetzt ein Ding. Wie kommen wir denn jetzt da dran? Das ist natürlich jetzt hier eine spezielle Angelegenheit. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie wir dann den richtigen Winkel kriegen, damit wir dem Rothirsch ein schön übers Fell braten können. Oder ich call sie einfach. Hm. Soll ich sie callen? Ich meine, ich bin eh schon zu nah dran. 80 Meter. Guck, da ist er. Da guckt er auch durch. Kück, kück. Da guckt er durch. Mit seinem Gehirn. Mit seinem Geweih. Hm. Oder ich renne weiter zurück. Hier hinten hin. Auf 150 Meter. Stell ein Tripod auf. Und baller dann auf 150 Meter genullt. Mit dem Ballermann. Genau auf 150 Meter. Zack. Da drauf. Wäre doch auch eine Möglichkeit, oder? Gucken wir mal. Wait a minute. Guck mal da. Oh mein Gott. Einen Achter. Mythisch. Oh mein Gott. Die kriege ich doch beide. Ich denke mir gerade, na guck mal da. Wer steht denn da rum? Uff. Nen Achter. Mythisch. Hundalden. Mache schon mal Platz. Achter. Hey. Chill mal. Chill mal. Chill mal. So. Ich brauche. Ich muss 150 Meter Entfernung haben. Wie soll ich das hinkriegen? 150 Meter. Und da muss ich die auch noch sehen. Passt das? Passt das? Passt das? Passt das? 120? Könnte passen. Könnte passen. Kriege ich das Ding hingestellt? Komm, 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 komm. Komm, jetzt platzier dich hier. Mach jetzt nicht einen auf den hier. Oh, ich sehe jetzt schon wieder, komm, ey. Diese komischen Dinger, ne? Ach, come on, Alden. Weißt du was? Ich baller die jetzt einfach weg. Wie soll man denn mit sowas hier rumhantieren? Ja, klar, so. So ist dann natürlich sehr realistisch. Genau so. So geht nicht, aber so, ne? So ist dann richtig. So klappt das. Alter, es ist so maximal dumm, Alden. Es ist so maximal dumm. Es ist echt eine Frechheit, ne? Jetzt ist der Sechser da. Und wo ist der Achter? Da ist der Achter. Und da sind Bäume vor. Das ist nicht gut. Aber die Entfernung passt. Die Entfernung passt. Wir zerlegen das Ding. Wir gehen hier nochmal ein paar Meter weiter rum. Da ist er. Schlecht zu sehen. Schlechter Wink. Ach du Scheiße, da hinten ist der andere. Ich dachte gerade, der bewegt sich im Busch, Alden. Das ist einfach ein komplett der Elche. Ja, kannst du knicken. Kannst du knicken. Bescheidener Winkel. Vielleicht von hier ein bisschen höher. Das könnte was geben. Aber hier ist natürlich das Ding wieder nicht. Oh, doch, doch, doch. Da. Geht das hier hin? Komm. War doch gerade. War. Ich glaube, das wird so nix. So. Nochmal versuchen. Der Winkel ist ganz nice eigentlich von oben so runter. Ja, das passt doch. Der könnte ein bisschen tricky werden wegen dem Baum direkt hier vorne. Aber ich schieße natürlich als erstes auf ihn hier. 149 Meter. Alter, mythisch. So. Den haben wir einfach direkt doppelt. Einen reingepinnt. Auf Nummer sicher. Okay. Der ist einfach weg. Ja, schön. Sehr gut. Alles mitgenommen. Angucken. Ja, also der Ballermann hat aber auch einen guten Sound. Also ich muss sagen, der gefällt mir ja noch besser als hier das neue Teil. Zack, zack, zweimal getroffen. Komplett zerlegt. Was haben wir denn hier für ein Chaos? Altenbänger, ey. What? Gold Wertung. Jawohl. Es geht 227. Schmeckt richtig nice. Was für ein Prügel. Jawohl. Zack. Lunge. Und hier auch nochmal. Zwischen Leber und Milz. Passt auch mal an den Pilz. Leber und Lunge. Jawohl. Haben wir auch noch. Zack, zack. Komplett die Ehre genommen. Mitgenommen das Teil. Krass. Krass, krass, krass. Ja, 100% Effizienz. Schön. Aber reicht einfach nicht für dir, ne? Reicht nicht für dir. Siehste, wenig Jagddruck hier, weil das eben jetzt auf dem Hochsitz war. Auch richtig gut. Perfekt. Hier oben war der Dammhirsch. Viel Jagddruck. So, jetzt heißt es weitergucken. Oh, warte. Da hinten wird noch gecallt. Ich renne nochmal mehr in die Richtung. Dann haben wir eben auch hier den Bereich. Und vielleicht decke ich hier noch ein bisschen was auf. Und dann gucken wir mal, was da noch geht. Schön dem Wind entgegen. Na, guck, Alter. Direkt in Deckung. Oben drauf, paar Meter weiter, sind hier einfach die Dammhirsche. Vierer Dammhirsch. Und was haben wir da noch? Noch ein Dreier. Nehmen wir doch mit. 124 Meter. 124 Meter. Kann ich hier wieder zurück? Ich versuche nochmal zurück. So. Und dann bauen wir da unten nochmal das Ding auf. Auf diesen Hochsitz. Alter, dieses Hochsitz-Dingen. Aber was willst du machen, ne? Irgendwas muss man ja machen. 124. Kriege ich das hier so hingestellt? Irgendwo hier so? Komm schon. Du willst es doch auch, Alter. Da, 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 da. Ja, ich hoffe nicht, dass sie jetzt vertrieben wurden. Ich glaube nicht. So, jetzt müssen wir gleich nochmal eben gucken. Der Ballermann ist ab vier. Ja, vier bis acht. Dann nehmen wir genau den, ne? Dann nehmen wir genau den. Ich hoffe, ich sehe die jetzt von hier aus. Da oben auf dem Berge. Habe ich die jetzt vertrieben? Lol. Ne. Da. Fuck. Schlecht. Oder? Ne, geht. Ne, geht doch. Ne, geht. Passt doch. Oh, Alter. 136. Ist das vielleicht noch weniger? Wo das überarbeitet? 130 Meter. Ich muss jetzt sogar unter aim halten. 150 genullt. Komplett durch den Wald durchschießen. Ich weiß nicht, ob ich beide kriege. Ob ich da schnell genug für bin. Vor allem ist er ja hier im Weg, ne? Der Otto, ey. Das Weibchen ist im Weg. Und dann ihmchen hier, ey. Warte mal, bis der hintere den Kopf hochmacht. Sieht auch gut aus hier. Der hintere muss den Kopf hochmachen. Da, 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 jetzt. Boah, ich würde ja gerne... Ja, guck mal, jetzt bewegt er sich gerade... Ne, bewegt sich doch nicht. Doch jetzt. Achtung. Den muss man zweimal hinterher. Und das Weibchen alle aus Spaß noch mal einen hinterher, ey. Weil er mir die ganze Zeit im Weg stand. So, zack. Und jetzt müssen wir mal gucken und hoffen, dass es sich gelohnt hat. Da, ja, ja, ja. Da leuchtet auch schon alles auf. Und da liegen sie auch schon. Boah, so weit hinten war das? Da ist der Anschuss tatsächlich. So weit hinten war das. Das ist krass. Aus dem Winkel dann. Und dann haben wir doch hier schon direkt den ersten. Dunkel. In Gold. Da ist er, der Vierer. Schön. Sehr schön. 250 in dir. Aber das passt doch auch schon ganz gut. Ah, ja, mit Gold könnte ich schon die erste... Werde die erste Trophy Lodge schon fertig, ja. Aber Gold ist auch einfach schon zu hoch. Häufig, ne. Da unten liegt der Nächste. Sehr gut. Da muss ich gar noch nicht den Hund bemühen. Was haben wir denn da? Perfekt. Es ist der Nächste. Oh, da liegt der Nächste. Ein Traum. In der Reihe. Eins nach dem anderen. Jawoll, es geht zweimal getroffen. Einmal im Fliehen. Zweimal noch die Wirbelsäule. Leider keine lebenswichtigen Organe. Auf der Flucht. Da. Achse, Hirsch. Brunftschrei. Mitten im Mief. Davon hatte ich schon einen... Was war das? Vierer, Fünfer? Einen quasi dir auf der Map. Da oben. Einen Dreier. Mit einem ganz krassen Geweih. Und er kommt zu mir auf 150 Meter. Einen Dreier. Kriegen wir das schnell hingestellt hier? Natürlich wieder nicht. Es ist gar nicht so smart, wie man denkt, das Ding. Vor allem nicht bei sowas, Alten. Alter, was hier los ist auf der Map? Ich finde die Map so gut. Die ist ja so gut, die Map. Wo sind wir jetzt da? Wait. War der da? Der Axis? Da. Axis Weibchen. Da. 120. Noch einer. Kommen die gerade zum Trinken? Kann das sein? Hä? Axis Zweier. Die geht gerade trinken. Ich lasse die erstmal noch eine Runde trinken. Oder? Oder rasiere ich sie komplett? Noch welche? Oh mein Gott. Noch ein Zweier. Noch ein Zweier. Und hier kommt eine ganze Gang. Look at the Gang. Leute. Geruchsneutralisierer ist noch drauf. Ja, wo denn? Wo denn? Brunft wird mal schön rum hier. Ihr macht das schon. Ja gut, ich müsste den mitnehmen. Das ist der Dreier, ne? Und jetzt sind sie gleich alle weg. Noch ein Zweier. Zack, zack, zack. Hier kommen die ganzen Weibchen an. Kommt noch ein Nachzügler. Ein vorsichtiger. Ultra-Rare-Deer. Ein Grade-One-Axis hier. Wahrscheinlich nicht. Kommt auch nicht, ne. So, weißt du was? Wir sammeln mal eben schnell ein hier. Sammeln wir mal eben ein. Und dann gucken wir noch mal eben bei den Axishirschen. Was die da machen. Da kann ich ja zumindest noch mal mit dem anderen Ballermann ein bisschen reinhalten. Zack, Weibchen mitgenommen. Jawohl. Einmal, zweimal. Steißbein und die Seide. Und dann kraxeln wir jetzt hier nochmal den Berg hoch. Der Wind ist zumindest so, dass die Axishirsche jetzt direkt vor mir sind und nicht mehr in dem Wind. Das ist gut. Und da gibt es auch schon auf der Flucht. Das Abbauen hat schon Theater gemacht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Da muss ich mich auch nicht mehr großartig bemühen hier. Das heißt, ich laufe einfach mal normal weiter. Die Frage ist, wohin fliehen die? Jetzt nicht großartig laut hinterher. Und auch nicht hinterher schießen, sondern erstmal gucken, wohin sie fliehen. Vielleicht kriegen wir hier doch noch einen Spot von einem Weibchen oder so. Nee. Nee. Axishirsche. Den soll ich mir mal holen. Wo hole ich mir den Axishirsch am besten? Gibt es da eine Map? Gibt es da eine Map, die perfekt ist für Axis? Da oben sind sie. Da oben hin hauen sie ab. Und da sind auch die Männchen. 200 noch was Meter. Okay, das ist tatsächlich zu weit weg jetzt. Und auch leider komplett in eine verkehrte Richtung. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich auch schon wieder richtig zufrieden. Und ich glaube, hier werde ich auch nochmal ein bisschen länger rumrennen auf der Map, weil es einfach Bock macht. So. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Bis dahin, Weidmannsheil. 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 Vielen Dank.